Eine neue Woche, neue Konjunkturdaten und vielleicht sogar neue Impulse für die Aktienmärkte. Aktuell halten die Märkte zumindest erstmal die Luft an, bevor morgen dann die US-Inflationsdaten, lange erwartet, dann endlich kommen. Wir wagen aber heute schon mal einen Ausblick mit unserem Chart-Technik-Experten Stefan Klotter. Hallo Stefan. Hallo Julian, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Stefan, die großen Indizes, S&P 500, Nasdaq, DAX, die stehen ja heute aktuell mehr oder weniger dort, wo wir auch am Anfang der letzten Woche standen. Man könnte also sagen, man ist sozusagen in lauer Stellung, bevor morgen die lang erwarteten Inflationsdaten kommen. Wie blickst du auf diese Daten, beziehungsweise was erwartest du? Ich erwarte morgen, da bin ich d'accord mit den großen Investmentbanken und Hedgefonds. Alle haben einen Konsens für 6,2% eingepreist, sollte in Ordnung gehen. Was etwas übersehen wurde, letzten Freitag wurden ja rückwirkend die CPI-Daten, Inflationsdaten, wieder nach oben korrigiert. Also die Monate Oktober, November, Dezember wurden nach oben gewertet. Dezember sogar, statt einem Inflationsrückgang von minus 0,1%, sehen wir jetzt auf einmal einen Anstieg um plus 0,1%. Das ist schon etwas verwunderlich. Das sind saisonale Faktoren, die da angepasst wurden. Das wurde nachträglich eben nochmal für die letzten Monate aufgemacht. Ja, dennoch ist ja eigentlich der Trend, der übergeordnete Trend zumindest intakt. Die Inflation scheint ihren Höhepunkt überschritten zu haben, ist jetzt wieder auf dem Rückzug. Das wird man jetzt auf Jahresicht zumindest dann auch für diese Daten sehen. Warum ist das so wichtig, diese Änderung, die du ansprichst? Ich sehe das schon etwas kritischer, weil es wurde ja gerade in den letzten Monaten einen sehr großen Hype um diese Zahlen gemacht. Es ging immerhin um die CPI-Daten, die nimmt wiederum die FED zugrunde, legt die FED zugrunde für ihre Zinsanhebungen. Und da kommt es wirklich auf die Stelle nach dem Komma an. Und von einem Rückgang minus 0,1% auf einen Anstieg plus 0,1%, das hat entsprechend Auswirkungen. Also viele Anleger handeln danach. Und jetzt kann man natürlich sagen, je nachdem, wie es dienstags rauskommt, und da der Dezember auf einmal höher ausgefallen ist, oh ja, vielleicht sinkt da wieder die Inflation. Mir kommt es so vor, meine persönliche Meinung, hier wird gerade ein Soft Landing so etwas hinmanipuliert oder zumindest versucht hinzumanipulieren, was nicht klappen wird. Das heißt, du glaubst, die FED wird also erstmal weiter hart bleiben müssen nach diesen neuesten Daten auch. Das würde dann ja darauf hindeuten, dass es mit dem Soft Landing, wie gesagt, nicht so einfach wird. Vor allem, da wir ja auch noch starke Arbeitsmarktdaten gesehen haben letzte Woche. Das ist ja auch nochmal ein Grund gewesen. Jerome Powell sagt ja immer, starker Arbeitsmarkt, gesunder Arbeitsmarkt, robuste Wirtschaft. Warum soll eine FED pausieren, Zinsen senken, wenn die Wirtschaft sehr gut läuft? Von daher dürfte er hart bleiben, ja. Also, morgen wird es spannend. Wir werden sehen, was die Indizes, was die großen Aktienmärkte machen. Lass uns doch mal in die Charts reinschauen. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, die großen Indizes zumindest im Vergleich zu letzter Woche relativ seitwärts gelaufen. Was glaubst du, ist hier jetzt möglich? Gehen wir rein, S&P 500 und im Vergleich zu letzter Woche, wir haben weiterhin die Abwärtstrendlinie und die Bullen haben ja einige Punkte gemacht. Der Aufwärtstrend hat Bestand, 200-Tage-Linie wurde überschritten, Aufwärtstrendlinie wurde überschritten und es wurde, ganz wichtig, ein neues Hoch gegenüber dem vorhergebenden Hoch bei 4.100 Punkten erzielt. Jetzt erstmal bei 4.175 war Schluss. Wir sehen hier, das ist der Widerstand auch von Juni 2022 gewesen. So weit ist es jetzt noch nicht gegangen, den ersten Schwung, um da Richtung 4.3 zu stoßen. Und ja, große Frage, könnte auch eine SKS werden? Linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, ähnlich wie hier angedeutet. Und aktuell eher, du hast es gesagt, Luftholen angesagt, warten auf die Daten. Aber die Bullen haben diese Punkte gemacht und vor allem ein neues Hoch wurde erzielt gegenüber dem vorhergehenden. Das ist bullisch, selbst wenn es jetzt nochmal zu einer Korrektur kommt. Nun sind ja die Inflationsdaten zum Glück, muss man sagen, nicht das Einzige, worauf Aktienanleger schauen, was die Märkte ausmacht. Denn in dieser Woche gibt es auch wieder viele Unternehmen, die ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Earnings Season ist nach wie vor im Gange. Lass uns doch mal schauen, welche Werte da diese Woche besonders spannend werden könnten, beziehungsweise was die wirtschaftlichen Aussichten aus der Unternehmensseite angeht. Ich habe ein, zwei Werte mitgebracht. Wir starten mit Barrett Gold. Gold ist ja immer gerne im Blickpunkt der Anleger. Ist gut gelaufen die letzten Wochen. Dann jetzt wieder eine Konsolidierung. Und ich halte es da mit Stanley Druckenmiller, der ja eins gesagt hat, also das ist ein Thema Risk-On, Risk-Off. In eher konjunkturell schwachen wirtschaftlichen Märkten, da ist ja Risk-Off gefragt. Da hält er lieber Gold. Und wenn wir im Risk-On-Modus sind, dann präferiert er Bitcoin. Und wir sehen da ja auch schön an diesem Paar, Bitcoin sehr weit hoch gestiegen, stärker gestiegen als Gold. Gold konsolidiert aktuell und fällt auch etwas. Und Barrett Gold schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und da habe ich gedacht, machen wir auch noch etwas Technik-Training, nämlich Wechsel von Widerstand zur Unterstützung. Sehr wichtig, wenn Sie einen Chart betrachten. Und deshalb haben wir hier einen Wochen-Chart, Fünf-Jahres-Chart. Und Sie sehen hier, wie lange der Wert gebraucht hat, diesen Widerstand bei 13,88 zu überwinden. Also das ist Widerstand. In dem Moment, wo der Widerstand überwunden wird, wird diese Marke zur Unterstützung. Und das ist einige Jahre später sehr schön zu sehen, obwohl Barrett einen wahnsinnigen Abwärts-Move hingelegt hat. An dieser Stelle bei diesen 13,88 war dann Schluss, gab es eine Konsolidierung, weil dieser Widerstand als Unterstützung gewirkt hat. Und Sie sehen schon, ich habe es eingezeichnet, im Vorfeld sehr schöne Rounding-Botten, Untertassen-Formation, Trend-Wende-Formation. Also sieht sehr gut aus im Wochen-Chart. Gehen wir etwas näher ran im Jahres-Chart. Da nicht mehr so gut. Abwärtstrend, lange Zeit, schöne Bodenbildung, Nackenlinie überschritten. Aber jetzt, in den letzten Wochen, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das Herausfallen aus der Untertasse, das muss man jetzt genau beobachten. Eventuell können wir sagen, okay, dieser Henkel ist etwas zu weit gegriffen. Wir nehmen diese Marke bei 20,34 als linken Henkel. Und Sie wissen ja, kommen wir dann an den rechten Henkel an, was Februar passiert ist. Dann gibt es da ja sehr oft unruhige Kursverläufe. Und dann kann man auch tatsächlich noch mal abstürzen nach unten. Nächste Unterstützung. Und da sind wir eben gerade dran bei 17,85. Die muss also gehalten werden. Hält die, können wir tatsächlich dann nach der Untertasse hier noch entsprechend wieder aufwärts gehen. Bullisch, wirklich erst bullisch bei Überschreiten der 20,18. Nächsten Wert, den ich mir rausgesucht habe, weil wir letzte Woche ja PepsiCo hatten, ist jetzt der große Konkurrent Coca-Cola. Und auch da lange, lange Zeit ein schöner Aufwärtstrend. Und da sind wir rausgefallen aktuell. Also kein so gutes Zeichen. Und was hier einst Widerstand war, sollte jetzt so zu hoffen, als Unterstützung wirken. Und deshalb auch für Coca-Cola, solange die 60,13 nach oben nicht überschritten ist, solange sind wir hier nicht bullisch unterwegs, solange kein Einstieg. Vergleichen wir mit PepsiCo, gefällt mir wesentlich besser. Da hatten wir letzte Woche gesagt, wir haben diesen wunderschönen Trendkanal. Und das ist der Vorgang für Anleger, die einfach sagen, ich bin long, ich gehe long. Wenn ich an der Unterseite vom Trendkanal bin, warte den Aufwärts-Move ab, nehme die Gewinne mit, gehe eventuell short. Wenn ich kein Short-Anleger bin, warte ich einfach wieder, bis der untere Trendkanal angelaufen wird, steige wieder ein, fahre wieder mit dem Fahrstuhl nach oben und hin und her. Letzte Woche Zahlen bei PepsiCo. Wir hatten im Vorfeld den unteren Kanal angelaufen. Die untere Aufwärtstrendlinie sind abgeprallt mit einer sehr schönen, langen, grünen Kerze und machen uns jetzt wieder auf Richtung 190 Dollar. Ist also wesentlich einfacher und besser zu handeln für einen Anleger als Coca-Cola. Einfach immer in diesem Kanal hin und her schwingen. Das sind ja eindeutige Vorzeichen, zumindest was PepsiCo angeht. Nicht ganz so sicher ist die Lage aktuell noch bei Barrick Gold und bei Coca-Cola. Wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen da gegebenenfalls nochmal rein. Es sind also nicht nur die Inflationsdaten, die diese Woche spannend sind, sondern auch jede Menge Chancen auf der Unternehmensseite. Danke dir Stefan erstmal für diesen Wochenausblick. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke Julian, danke liebe Zuschauer. Danke.